Jo Leute, nochmal eine ganz kurze Information, bevor wir in den Zersplittert-Modus gehen, sozusagen ins Live-Event, nochmal ein kleiner Teaser und Ausblick für die kommende Season und auch das neue Kapitel. Denn da soll es so sein, so habe ich das hier gerade auch nochmal gelesen und hier seht ihr das im Leak, dass du in der First-Person-Variante oder im First-Person, wie sagt man, aus dem Blick sozusagen der First-Person irgendwie spielen kannst. So soll das Ganze ausschauen. First-Person-Optik, sage ich jetzt einfach mal so. Das ist das Ganze, wie es im Leak ist. Ihr seht hier ganz rechts unten, er hält einem einfach eine Knarre und das soll im neuen Kapitel kommen. Ob das jetzt gleich sofort kommt oder erst später nachgelagert, das kann ich nicht sagen. Aber so sieht das aus und so soll das Ganze auch jetzt im Leak gewesen sein, habe ich heute auch erst gesehen. Denn normalerweise ist es ja so, diese ganzen Sachen werden ja sowieso immer spekuliert und es gab schon super viele Aufnahmen und super viele Fakes auch, wisst ihr ja aus der Vergangenheit. Aber das Ganze soll jetzt hier einfach brandneu sein und schon mal zeigen, wie das Ganze funktionieren soll. Also so sieht es aus. First-Person oder Third-Person-Mode, das ist hier nochmal die Frage, was würdest du geiler finden? Könnt ihr ja mal in die Kommentare hacken. Ehrlich gesagt komme ich so aus so einem First-Person-Shooter. Also normalerweise habe ich früher immer First-Person gespielt, nur Fortnite ist es halt anders. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, was geiler wäre. Also I don't know, haut es mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich finde es jetzt erstmal ganz cool, irgendwie auch nochmal anders, eine andere Spielerfahrung. Und du hast dann halt auch, schaut mal hier, sogar die Emotes als First-Person. Also du bist dann hart am Dancen und siehst sozusagen deine eigenen Hände, wie du da am Tanzen bist. Also finde ich erstmal gar nicht so übel. Aber ja, kommt es? Kommt es sofort? I don't know. Ich weiß es nicht. Also ich finde es aber, ja, ist doch mal ein spannender Ausblick. Im Hängegleiter fand ich es auch ganz witzig, ehrlich gesagt. Wo hatten wir das denn? Hier vorne. Da kommst du halt angeflogen. Geil wäre jetzt nochmal, wenn du irgendwie, keine Ahnung, mit so einem Indiana Jones-Fallschung irgendwie den festhalten würdest und das sehen könntest. Oder wenn du auf einem Gleiter bist oder so, wenn du nach unten schaust, den nochmal sehen könntest, würde ich sehr, sehr cool finden. Aber nichtsdestotrotz, das ist doch auch schon mal cool. Haut es, wie gesagt, in die Kommentare, was ihr geiler findet. Third-Person oder First-Person. Ja, ganz wilde Nummer. Ja, was ist ein Second-Person? Nobody knows. Von oben wahrscheinlich. Kennt ihr noch das alte GTA, wo man von oben drauf geguckt hat? Das wäre es wahrscheinlich. Also in diesem Sinne, kleiner Ausblick. Finde ich cool. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020